Roberto Jan Hilbert ist ein deutscher Fußballspieler, der seit der Saison 2013 14. beim Bundesligisten Bayern 04 Leverkusen unter Vertrag steht. Leben Roberto Hilbert wurde unter dem Namen Geisler, dem Familiennamen seines Vaters, geboren. Er wuchs bei seiner Mutter und den Eltern seines Stiefvaters in Forchheim auf. Nachdem sein Vater sich von seiner Frau hatte scheiden lassen, nahm Roberto den Geburtsnamen seiner Mutter an. Er hat zwei Geschwister und aus der zweiten Ehe seines Vaters drei Halbschwestern. Von 1991 bis 2000 besuchte er die Adalbert Stifter Volksschule in Forchheim und schloss diese mit dem Hauptschulabschluss ab. Hilbert ist seit 2005 mit der zwölf Jahre älteren gebürtigen Eritrea in Sabah verheiratet, die er während seiner Ausbildung in Feucht kennenlernte. Mit ihr hat er drei Kinder und eine Stieftochter. Karriere Hilbert spielte in seiner Jugendzeit für die SPVGG Jan Forchheim, den 1. FC Nürnberg und die SPVGG Greuther Fürth. Zur Saison 2002-03 wechselte er zum Bayern-Ligisten 1. SC Feucht, bei dem er sich zu einem Leistungsträger entwickelte. Nach seiner ersten Saison mit dem Verein gelang vorzeitig der Aufstieg in die Regionalliga Süd. In der er in der Saison 2003-04-06 Spielen absolvierte und zehn Tore erzielte. Aufgrund seiner Leistungen holten ihn die Fürther zur Spielzeit 2004-05 zurück in ihr Zweitligateam. Hilbert erzielte in der Saison 2005-06 in 34 Spielen drei Tore und wurde daraufhin von mehreren Bundesligisten umworben. Zur Saison 2006-07 wechselte er schließlich für eine Ablösesumme von ungefähr 1,3 Millionen Euro zum VfB Stuttgart, bei dem er sich auf Anhieb einen Stammplatz erkämpfte und in allen Ligaspielen eingesetzt wurde. Hilbert spielte meist im rechten Mittelfeld, half aber auch auf der rechten Verteidigerposition aus. Er gewann in seiner ersten Bundesliga-Saison mit dem VfB die Deutsche Meisterschaft, die sein erster Titelgewinn in seiner Profikarriere war. Er wurde als einziger VfB-Spieler in allen Partien der Meistersaison eingesetzt und belegte mit sieben Torerfolgen in der Liga zusammen mit Thomas Hitzelsberger hinter den Stürmern Mario Gomez und Kakao den dritten Platz auf der vereinsinternen Torschützenliste der Stuttgarter Mannschaft. Darüber hinaus stand er mit dem VfB im Finale des DFB-Pokals, das mit 2 zu 3 in V gegen den 1. FC Nürnberg verloren wurde. Hilbert und der VfB Stuttgart trennten sich nach der Saison 2019, nachdem sie sich nicht über eine Vertragsverlängerung einigen konnten. Zur Saison 2010-11 wechselte Hilbert ablösefrei zum türkischen Traditions-Club besiegter Schistanbul. Er unterschrieb für drei Jahre und trug das Trikot mit der Rückennummer 9. Später das mit der 13. Sein Debüt gab er am 2. Spieltag am 21. August 2010 bei der 0 zu 2 Niederlage im Heimspiel gegen Istanbul BB, sein erstes Tor. Er zielte er am 14. Spieltag am 14. November 2010 beim 2 zu 0 Sieg im Auswärtsspiel gegen Gençler Birligi Ankara mit dem Treffer zum Entstand in der 90. Minute. Am 11. Mai 2011 gewann er in Kayseri mit dem Verein mit 4 zu 3 E gegen Istanbul BB den nationalen Vereinspokal, wobei er seinen Strafstoß nicht verwandeln konnte. In drei Spielzeiten bestritt er 81 Ligaspiele und erzielte fünf Tore. Am 12. Juli 2013 wurde Hilbert ablösefrei zur Saison 2013 14. von Bayer 04 Leverkusen verpflichtet. Er erhielt einen bis Ende Juni 2015 gültigen Zwei-Jahres-Vertrag. Sein erstes Tor für Leverkusen erzielte er am 20. April 2014 am 31. Spieltag im Auswärtsspiel gegen den 1. FC Nürnberg. Im April 2015 wurde sein Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert. Hilbert bestritt zwölf Spiele für die U21-Nationalmannschaft und erzielte dabei drei Tore. Am 16. März 2007 wurde Hilberti erstmals in die A-Nationalmannschaft berufen. Sein erstes Länderspiel bestritt er am 28. März 2007 in Duisburg bei der 0 zu 1 Niederlage gegen die Auswahl Dänemarks. Seinen bisher letzten Länderspieleinsatz hatte er am 6. Februar 2008 in Wien beim 3 zu 0 Sieg im Testländerspiel gegen die Auswahl Österreichs. Erfolge, Auszeichnungen, bester Spiele, Außenbahnoffensiv. Besiegt Asch Istanbul türkischer Pokalsieger 2011. Sonstiges. Seit 2013 engagiert sich Hilbert bei Shoray Sisenseer Edkat Deutschland TV und beteiligte sich an der Kampagne Unsere Elf gegen Rassismus. So für dich, die Auswahl aus dem Rassismus. Untertitelung des ZDF, 2020